Es ist ein bisschen schwierig zu sprechen. Es ist schwierig kurz, Willi verliert seine Liebe. Willi verliert seine Zukunft. Er hat Captain Freud in Buffalo. Wenn du die Bilder sehen kannst du den Schmire. Den Schmire kannst du nie vergessen. Den Schmire kannst du nie vergessen. Will du ein paar Pest? Wir wollen die Flasche sehen. Das Jutz, die Initiative 19. Februar, Hanau und viele mehr. Wir stehen zusammen und kämpfen gemeinsam gegen die Angst für das Leben. Erinnern heißt verändern. Erinnern heißt den Schmirend. Der Schmirend ist ein Schmirend. Ich öffne die Fenster und schloss die Fenster. Und ich sagte zu meiner Frau, das war eine Gerne. Unsere Strecke waren voll mit Polis und Anmerksamkeit. Ich hab meinen Sohn drei oder viermalen. Keiner antwortete. Der letzte Nachricht habe ich ihm geschrieben. Wenn du nicht antwortest, gehst du zur Polis. Bitte, gib mir ein Signal. Sag etwas. Und ich war zur Polizei. Mit meinem Ausweis und mit den Dokumente vom Auto. Dieses Auto ist meine. Diese Sohn ist meine. Ich finde es nicht. Ich weiß nichts. Etwas wie um drei Uhr. Der Polis sagt zu mir, dein Sohn ist tot. Woher ist das? Woher ist das? Denn ich schaue überall. In der Parkplatz. Ich finde das Auto. Woher ist mein Sohn? Ja, wir haben die Licht. Herr Paun. Aber es war in dieser Nacht. Gästenamt war zwei Attentate. Die andere war in Kurtschumacherplatz. Ich gehe da. Ich gehe da. Und ich besuche jemanden. Sie wissen. Sie sagen zu mir. Es gibt ein Video auf YouTube. Dein Sohn hat die Täter verfolgt. Diese Video ist mit dem Täter. Running auf die Straße. Mit seiner gun. Aber in der Seite dieses Video. Kannst du die Auto von meinem Sohn? Und das Feuer von seiner Gug. Wenn er in seiner Gug. Wenn er in seiner Gug. Willi schaute ein Parkplatz. Für seine Auto. In dieser Minute hat auch die Täter gesehen. In der Straße mit der Waffe. Und einen Mann in der Straße. Der Täter hat in seinem Auto auf der rechten Seite. Dreimal geschossen. Willi hat sofort reagiert. Und hat die Täter verfolgt. Mit seinem Auto. Genau wo diese Auto ist. Ok. Hat gehabt die Täter. Sein Auto. Und Willi kommt von da. Hier. Und stopt ihn. Die Wirtnes sagt. Die Täter hat mit seine Waffe. So. Go away. Go away. Go away. Make place. Make place. Go away. Right from here, Willi. Anfang zu telefonieren zum Polizei. 21.57 Minuten. Willi kallt die Polizei. Emergency kallt. Three times. No one answered. If the police answered to his call. Willi live today. 100%. The first answer from police. Where are you? Stay there. Come to help you. Somebody help you. Where are you now? I fucks up. The structure, the base of that institute is to save the life. When the emergency call, she don't answer. You're waiting from God to answer. That's the last chance. From Willi passed nix. This wrong time. Wrong place. Die Polizei hat Schuld, dass mein Sohn in dieser Nacht gestorben ist. der بن��� Followed the car, until Kurkmacher Platz. The murderer hat seine Auto blockiert, like that. jump off the car and shooting right in, my son. und dann noch vier Bullets. Es ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen, weil du es sehen, wenn du es in deinem Blut schießt, wie es in mir schießt. So ich fühle mich. In dem Papier steht mein Name, dass ich gestorben bin in dieser Nacht, dass die Autopsie auf mein Body gemacht hat. In der Autopsie, hast du auf deinem Blut eine Leche, eine Body, ja? Kannst du es sehen? Das Body ist nicht mehr als 22, 25 maximal, oder 19. Trotzdem in deiner Hand hast du die Akte, welche da, in der Akte steht, ein Mann vom 45 Jahre alt, geboren im 13.07.1975. Es ist nicht normal, dass du deine Kinder gegabt hast. Burning. Schlimmer denn das? Es gibt nichts in dieser Welt. Die einzige Sohn. 22 Jahre alt. Ja. Ich bin stolz. Mein Mind hat gesagt, aber mein Herz. Aber seine Mutter hat Herz. Wir wollen unseren Sohn zurück. Sie einen spoilerschen, sie... ich möchte sie nicht auf republic Mondium. Ich liebe euch nur. H Sch Iran die Läuser! Hingrich Kkuu. Sch nines! Sie haben meinen sich. Hering H und sch embarrassment... Es ist schwer, wenn du weinigst, ich weiß nicht, wie lange du weinigst. 1, 2, 3 Sekunden. Wenn du weinigst, den zweiten Tag, du sprichst mit allen und sagst, ich habe eine Nachtmärme so schrecklich. Die ganze Tage ist kaputt. Aber ich und meine Frau, wir müssen es leben. Mit und in diesem Nachtmärchen. Ich warte für etwas, um die Honour zu geben. Mein Mann hat das verdient. Er hat das, was jeder von uns in einer solchen Situation tun sollte, getan. Er hat die Verfolgung aufgenommen, aber hat auch versucht, Hilfe zu holen. Er wollte nicht allein die Situation irgendwie in den Griff bekommen. Ich nehme an. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018